moin moin youtube community und hallo minecraft fans willkommen auf smartycraft eurem youtube kanal für minecraft am mikrofon natürlich das smarty für euch und ich begrüße euch zu einem weiteren let's show neues texturpaket wir hatten es angekündigt wer uns aufmerksam zugehört hatte hat's mitbekommen ich gehe direkt auf dem store und zeige euch mal ganz kurz da ist es city nennt sich die ganze geschichte für modernes bauen da steht es ein kreatives texturen set ideal zum bauen von strukturen lasst einen inneren architekten heraus und forme die welt um dich herum das perfekte paket für ambitionierte baumeister ok das sieht auch schon ganz nett aus ich nehme euch jetzt gleich direkt mit auf unseren haupt server auf unserer haupt map ich dachte mir man kann auch nachher ein bisschen rumfliegen und direkt sehen wie dieses pack aussieht habe auch eine kleinigkeit für euch vorbereitet kleine ankündigungen ein paar infos to 14 etc was ich sowieso tut auch und das sieht natürlich erstmal ganz nice jetzt hier im hintergrund aus ich möchte vorweg aber schon mal sagen auch die freunde vom mittelalter werden nicht enttäuscht also ich war ganz angenehm überrascht als ich es angezockt habe und da sind wir direkt bei unserer schönen pracht promenade starten wir und da ist einer der ersten neuerungen die mir direkt aufgefallen sind das neue wasser ich glaube das ist eine hochauflösende bitmap ihr habt gerade gesehen 95 cent kostet euch die ganze geschichte ich glaube das ist kein schlecht investiertes geld aber entscheidet selbst am ende des videos ich schwenke jetzt mal langsam rüber hier unser mitbauer haus und da kann ich ganz oben habe ich mir was aufgebaut aber ich denke ich zeige euch erst mal das menü bisschen so reingehen wie es jetzt aussieht und so sieht es aus blau blau blüht der nc das kennt ihr alles schon da brauche ich auch gar nicht viel zeigen jetzt gehen wir ins crafting menü hinein weil das ist natürlich das was euch interessiert ich mache jetzt hier einen kurzen abriss ich habe alles aufgebaut alle blöcke sind gleich oben blätter jetzt hier mal ganz kurz durch vielleicht fällt mir das eine oder andere direkt auf die schilder auf die gemälde das wird ein klassiker gleich das wird der hammer guckt euch daher die gemälde mit mir an einfach der wow die türen die türen guckt oben jetzt schon die türen die türen sind einfach göttlich endlich mal verdünftige türen beim minecraft und wie gesagt nochmals also wer jetzt mittelalter fan ist oder ja gut die leute die jetzt aus dem überleben kommen für die ist der bereich jetzt da bleibt alles beim alten relativ da kenne ich mich auch nicht aus neue klamotten gibt es die habe ich schon bis ausprobiert aber zeige ich irgendwann wenn ich sie mal trage das ist jetzt auch unwichtig gehen wie gesagt gleich nach oben ich zeige euch alles wichtige kurze ankündigung zwischendurch es ist noch nicht ganz zu ende mit meiner let's play fan woche ich habe noch vor bisschen bei world of tanks was zu machen entschuldige dass ich gestern auf dem freitag kein video geschafft habe schwenke jetzt mal nach oben mein rechner musste mal ein bisschen aufgefrischt werden deswegen auch der doppel folge deswegen euch auch für die nächste woche minecraft heiß zu machen wir haben einiges zu planen ich sage jetzt schon guckt euch nachher die zweite folge an aber jetzt genießen wir erstmal die aussicht auf das neue textur paket city ankündigungen durch teo 14 es bleibt a few weeks to go keine weiteren ankündigungen playstation 3 ich habe es auch mitbekommen dass wir die einen anderen playstation nutzer haben nichts neues für euch für textur paket ich habe nichts neues gesehen sie arbeiten daran haben sie über twitter geschrieben schwenken wir mal ein ich habe das ja alles ein bisschen aufgeteilt fangen wir mit den klassikern an die als erster jeder so kennt und das seht ihr schon mal direkt von vornherein das sind jetzt keine ehemaligen eisen blöcke da oben das sind die redstone lampen das da 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 das sind redstone lampen weil ich jetzt mal dunkel dann seht ihr es besser und da haben wir es sand 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 das sind die neuen texturen schwenken mal so ich habe die hier alle so ein bisschen aufgebaut wenn ihr uns also am wochenende jetzt samstag sonntag besuchen wollt server für freunde von freunden offen erde 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 sieht das strange aus eher so ein bisschen matsch mäßig und das ist tatsächlich keine wolle das ist stein liebe community das ist stein und so sieht es übrigens sehr nett finde ich hier behauen aus kies so eine mosaik form bekommen sand stein als nächstes auch sehr ups ein ding im weg und jetzt dachte ich auch die ganze zeit das wäre dschungel nein leute das ist tatsächlich ziegel und dahinter seht ihr schon leben die hatte ich so ein bisschen am rand vorhin fast vergessen mit aufzubauen ja sie könnte man tapeten was raus machen so mit dem orangeton ja netherrack und direkt darunter müsste netherrack ziegel sein enderstein hat jetzt auch so eine ganz fanny optik hier bekommen und dann haben wir schon als nächstes bedrock auch einer ganz interessanten textur obsidian kennen wir doch auch sehr nett und jetzt wird edel jetzt da sehe ich schon es leuchtet schon gold fette üble blöcke gold fette sachen aber obsidian sieht auch mit der textur nicht schlecht aus und hier am rand haben wir noch mal eisen bisschen am rand gequetscht fast gleich zu den großen lampen da muss man fast aufpassen so sieht es jetzt aus die den behauen den stein die steinziegel finde ich übrigens die ich hier gerade noch ein bisschen unten jetzt gleich ausblende auch nicht schlecht überhaupt auch so die rückseiten sind auch gar nicht mal ich hätte auch noch von anderen seite bisschen rum hier so blenden können kann euch noch mal im schnellen paar der rückfronten so schnell zeigen von allem da sieht man es noch ein bisschen mal bisschen besser wie die erste textur aussieht ist wie gesagt es kommt alles alles also auch die wolle kommt wir machen gleich aber gehen das ein bisschen durch hier ja klar glas das neue glas natürlich das nicht vergessen und jetzt haben wir hier noch diamanten ein bisschen hier rum fliegen obsidian diamanten lapislar quatsch obsidian lapislar hier die ärzte schon hier schon die ganzen ärze da kann man jetzt relativ schnell redstone erze eisenerze alles sachen hier die treppenstufen schwenken wir schnell weiter ich will jetzt auch nicht so ewig lang wobei da wird schon einiges zu zeigen es ist echt interessant und auch hier die falltüren und die leiter die falltüren sehen an den autos jetzt toll aus die wir gebaut haben das sieht richtig wie reifen aus und da haben wir ein bisschen elektrik schon da haben wir eis und schnee soul sand auch mit einer interessanten maserung sollen wir das schon naja komm ich schwenke erstmal um hier haben wir die lampen und zeigen wir mal die neuen redstone lampen mit den knöpfen so sieht die ganze geschichte jetzt in der optik city hier aus und hier ist der hebel auch mal direkt dass sie den hebel habt also ich finde es richtig klasse also erster eindruck gefällt mir richtig gut wobei ihr wahrscheinlich bis jetzt immer noch denkt mittelalter älterer stil das geht nicht wartet gleich mal ab wir geben wir schnell die stufen noch ein bisschen durch und kommen wir ja jetzt so da 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 das ist das einzige wo ich echt drüber lache erstmal schnell noch holz denke ich dann habe ich nämlich alle wichtigen sachen durch eiche fichte müsste das sein war das jetzt eiche buche buche das war das war buche meine ich das ist da vorne jetzt das etwas strange dschungelholz was wir so mit dem grünen sehr komisch jetzt aussieht hier haben wir die rohformel wieder auch mit fichte ganz links das ist auch gleich geblieben und die buche ganz links hier das ist eigentlich das erkennt man auch sofort wieder und da haben wir schon wie gesagt die türen die pistens hier haben wir noch mal die ganzen stufen mit den texturen die sind aber auch gleichbleibend dieses orange vom dschungel gefällt mir überhaupt nicht haben wir da und jetzt da schilder türchen geländer und natürlich das bekloppte guckt euch an hier was ich schon gesagt habe das redstone signal also was soll das alles hier so modern und dann hier so so kleine so süße kleine kringelchen mal auf die sache sieht doch toll aus sieht ja richtig süß aus und hauen wir mal weg und was haben wir da jetzt wurfstern oder was okay so aus wie ein wurfstern und da aber da werden sich wieder die tnt freunde natürlich freuen weil ich das hier schon direkt nah am redstone habe aber nein aber hier ist es tnt mit countdown zähler sieht eigentlich richtig 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 gut aus aber auch hier dispenser die da haben wir notenblock da hinten haben wir erstmal ja genau die türen wie gerade schon im crafting menü gezeigt das sind jetzt mal richtig schicke türen das gefällt mir mit dem glas und alles ja das macht smarty deko smarty wird glücklich bei sowas da haben wir die verschiedenen pistons kann ich da jetzt da so sieht es aus wenn sie ausfahren und da geht die tür einfach mal ein bisschen hier auf ja dann haben wir das hier notenblock auch dick subwoofer systeme dispenser haben wir gezeigt und hier haben wir jetzt die jukebox und da ja das ist erinnert mich voll ja dass die sind auch die truhen sind extrem geil die werkbank ist einfach hier richtig bauskizze bücherregal die truhen haben so voll rolling stones mäßiges charakter irgendwie sowie für bands und musikequipment auch hier die jukebox die sachen ender stein noch mal was haben wir denn da noch der dispenser büschlein zauberladen und natürlich auch hier das wird okay das wird für mittelalter problem von wegen in einem mittelalter haust man immer einen elektroofen das könnte ein bisschen tricky werden so was sagen wir mal schnell mal rüber haben wir alles haben wir alles haben wir alles auf der seite gehen wir mal schnell rüber jetzt kommt die etwas verrücktere seite mit den sachen aber natürlich als erst mal noch die sachen die euch bestimmt interessiert wolle und das ist lustig wolle hat verschiedene musterungen bekommen hier alles immer aufgebaut hier gleich ein paar schöne sachen machen wir mal ein bisschen licht hier eben hin und da hinten machen wir auch jetzt kann man es auch noch mal mit den redstone lampen ein bisschen jetzt wurde es ja endlich dunkel jetzt seht ihr es mal was ganz anderes aber ich muss sagen die alten muster hingen mir auch wirklich raus also achtet ein bisschen drauf ich hoffe es kommt einigermaßen sichtbar hier bei youtube trotz auflöse rüber die ganzen wolle blöcke haben eine etwas anderes muster das einzige was jetzt erstmal voll enttäuscht ist das sollte gelb hier sein alles andere passt eigentlich sehr sehr gut aber wir kommen aber gleich noch zu schwarz die blautöne sind eigentlich auch alle ganz gut fast wie eis vorher hier die hieß ja keine ahnung fragt mich jetzt bloß nicht ich habe die ganzen namen der einzelnen farben jetzt bestimmt drauf klar keine ahnung pink rosa irgendwie sowas das haben wir hier weiß grau grau weiß was ist das rechts ist weiß das weiß ich was ist das das nee das ist nicht weiß das ist eine andere form ist das schnee ist das was habe ich denn da hingesetzt moment mal kurz ausprobieren ne schnee ist das auch nicht grau hm äh das ist grau ah ich seh schon ich seh schon seht ihr das das eine hat eine musterung das andere hat keine musterung nee warte das nehmen wir mal hier und hier ah das ist eigentlich auch weiß grau ist jetzt auch weiß nur mit und ohne musterung interessant ah ja ja klar hier mit musterung und hier ohne musterung das ist cool ah ja und jetzt haben wir den ersten grautool also was das für ein grau ist das ist aber da gibt es schon ein paar schicke sachen vielleicht können wir nachher mal kurz ein paar sachen einmal einblenden machen wir wieder hier ein bisschen mehr licht hin dann kann man so ein bisschen besser sehen die schattierung von diesem grauen hat was hat was und das ist jetzt schwarz also das hat eher so ein marmor effekt ist so mein erster eindruck so ein dunkler schwarzer marmor müssen wir uns nachher mal hier und da angucken das ist jetzt die schwarze wolle geworden mit den ganzen sachen grün und braun ganz knallhart die einzelnen stufen da haben wir noch die loren gleich da oben können wir auch noch mal kurz zeigen hier haben wir die ganzen stufen nochmals mit ihren einzelnen musterungen und da haben wir jetzt eigentlich auch schon soll ich jetzt mal die bilder die bilder sind die neuen bilder sind der hammer ja komm ja genau ich war einfach schock wahnsinn komm zeigen wir mal machen wir den vorhang auf das war jetzt gar nicht so geplant zufällig dass jetzt hier der vorhang gerade ist entschuldigt aber das sind jetzt ein paar der großen ich habe so die wichtigsten ich habe noch nicht glaube ich alle aber ich habe ziemlich viele schon mal hingegangen und jetzt modern art das sind jetzt neue bilder neue sachen da geht es aber passt nicht nur auf nicht nur jetzt modern art schaut schon mal da unten da gleich kamin seht ihr das unten links hier da guckt mal da ist auch übrigens blaues bett kamin als bild kann man kamin machen hier aquarium und hier andy warhol minecraft total genial das muss man irgendwo hinhängen dann haben wir hier wie gesagt das bettchen jetzt in blau ein bisschen auch mehr mit eisen und gehen wir mal weiter rum ahja lava haben wir hier auch noch mal hat sich von den texturen ist nice geblieben ist cool haben wir hier ein bisschen kommen lassen wir uns die spannung noch ein bisschen genau machen wir noch mal die letzten grüntöne hier eben die es alles gibt melone schwamm die ganzen standard sachen fichte buche dschungelhol dschungel dschungelblätter sehen cool aus dschungelblätter sehen gut aus auch die kürbisse sehen ein bisschen besser design doch die köpfe sind so geblieben die pflanzen teilweise geblieben teilweise deutlich verbessert also gerade hier jetzt die rosen und so finde ich deutlich schicker als jetzt das natural was wir jetzt als letztes benutzt haben und da haben wir noch mal die schilder und hier das sind bilder leute wer jetzt noch mal mit dem fernseher probleme hat der braucht gar keine probleme mehr haben weil jetzt gibt es sowas als bild also da wird doch gerade unser designer oder bau oder hier einfach so sachen also da werden ja einige von uns abgeben aquarium hier bilder für aquarium gibt es jetzt hier urzeiten für die küche oder für irgendwo hin zu hängen mit uhrzeiten kleine safe ein kleiner computer da drüber haben wir noch was hat man denn da noch da glasscheibe ganz genau tresor als bilderrahmen das alles ist jetzt und noch einiges mehr hier da oben das trip quadri schon aber keine ahnung wollen wir uns das mal alles irgendwo angucken bis jetzt rum herkommt das uns mal ein bisschen angehalten doch die lore und dann zeige ich euch möchte mal die auswirkung jetzt ich habe das ja hier auf unserer normalen map jetzt gerade laufen die kennt ihr aus vielen vielen anderen videos hier nochmal das wasser und das bödlein wasser finde ich cool so türkis optik glaube ich aber zeige ich euch einfach mal so ein bisschen wo fliegen wir mal wo fliegen wir mal einfach hier gehen wir ins museum rein habe ich als letztes gebaut oder gehen wir in die willen gehen wir in die willen 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 ist gut ich glaube willen oder kaufhaus ne willen 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 machen wir erst mal die willen da können wir ein bisschen so sehen wie das jetzt von einricht das ist modern mal sehen wie das auf die willen auf die optik außen jetzt wirkt ihr kennt das ja schick alles cool geblieben wir mal hinten zur letzten ja jetzt hat sich hier die farbe ein bisschen verändert aber nein passt also das ist jetzt nicht geplant also da hier ist jetzt nichts auf dieses pack wir haben jetzt einfach unsere web umgestellt und ich gucke jetzt mich einfach der boden sieht geil aus gucke jetzt einfach erstmal ob es jetzt sehr sehr viele veränderungen gibt oder ob es positiv oder negative sachen gibt also da habt ihr gesehen die dschungel pflanze das ist ziemlich cool das haben wir hier jetzt oben alles was zeige ich euch gleich noch mal wir wissen auf jeden fall das mittelalter klar mittelalter müssen wir auf jeden fall noch mal hin hier haben wir die fensterscheiben die anderen die hatte ich aber ja gut hier sieht man sie noch mal die scheiben haben wir noch was interessantes hier ist auch noch nicht so komplett eine küche radioaktiv verseuchter ist tisch ne de 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 bayer bayer das ist doch hier wie hier gibt es fast food radio active oder was ja gut okay tische ja stimmt klar das klappt natürlich nicht mehr die tische so mal eben ausfahren mit der form sieht aber alles schon ziemlich cool aus also auf modern passt es passt es auf jeden fall aber ich kann euch jetzt schon versprechen wir fliegen jetzt mal direkt superman mäßig ins mittelalter rüber ich habe vorhin schon mal kurz einen blick drauf geworfen und war angenehm überrascht also ich muss ehrlich sagen also das könnte also mit den bildern mit den sachen mit vielen dieser ich bin mal gespannt was die mitbauer noch dazu sagen also wenn wir mal superman mäßig jetzt hier rüber fliegen weiter ankündigen also die minecraft woche beginnt eigentlich erst nächste woche ich mache euch jetzt den mund bisschen wässrig weil ich am freitags ja nicht geschafft habe gestern euch hier noch was hochzuladen deswegen gibt es heute auch eine doppelfolge am samstag gleich kommt noch der hammer smarty hat was neues gebaut und hier bitte der erste eindruck in unserem jungle dome bereich oder hier auch an der ecke ihr kennt es alles schön geblieben alles schick geblieben alles mittelalter was haben wir da mit dem ja gut okay jetzt hier die gelben flaggen dazwischen die passen natürlich jetzt nicht mehr mit den leitern so perfekt aber auch nicht schwierig das jetzt wechseln wasser sieht gut aus und hier auch vor ein paar videos alles hier erst gezeigt ich baue ja hier gerade meine bürgermeister villa habe ich euch im letzten let's play gezeigt hier sind wir genau in die kathedrale von bayern also mittelalter optik bleibt definitiv komplett erhalten aber ich fliege noch ein bisschen jetzt für euch alles rum schwenkt ein paar bilder ab damit ihr auch mit älteren videos von uns einfach mal vergleichen könnt mir gefällt city jetzt wirklich wirklich gut ich wie gesagt bin sehr gespannt was die mitbauer sagt ob wir vielleicht wechseln es sieht bis jetzt nicht so aus als ob hier viel verändert werden müsste oder ob es auch der reiz ist oder ob wir auf natural bleiben kann auch genauso gut sein aber mir gefällt es richtig gut muss ich sagen aber man muss aber ein bisschen länger noch mal genauer alles anschauen ein bisschen länger mit basteln jetzt mal bei marius in sein fischerdorf rein okay auch jetzt hat er das holz dafür verwendet oh ja das gibt natürlich jetzt sind wir im kuckucksdorf jetzt sind wir echt im schwarzwald gelandet so sieht es ja ungefähr aus aber da hinten sieht alles wieder ganz cool aus nochmal zum bayer hinten hin ankündigung wie gesagt es geht noch ein bisschen weiter und ich werde im laufe des märz ein paar ankündigungen los werden wie es überhaupt mit uns weitergeht wie es gibt im laufe des märz fragt mich noch nicht genau wann aber es wird einen offiziellen sendeplan geben ich habe es schon angekündigt ich will einfach dass ihr wisst was kommt dass leute die mich abonnieren nur weil ich immer mal kurz ein review habe und denken ich mache da jetzt 100 folgen drüber und dann sehen bitte im sendeplan da kommt nichts dann sind sie auch nicht sauer oder abonnieren mich nicht oder denken dann hey der macht ja gar nichts mehr also sendeplan muss kommen weitere absprachen muss kommen wir starten fett in die neue minecraft woche das kann ich euch versprechen bis zum world of tanks kommt natürlich titanfall nächste woche aber wir haben ein paar sachen anfang der woche die wir noch bei minecraft zeigen bevor es dann dienstag mittwoch donnerstag natürlich mit titanfall weitergeht und jetzt fliegen wir in den modernen bereich und hier kommen wir schon da baut es sich schon auf das ist die und hier ist gerade alles zu gehen wir mal rein und gucken uns mal das kino an ui alter das ist ja schwarze wolle vorher jetzt gewesen ok ok die tische sind natürlich jetzt am arsch mit den tischen ja aber ich müsste eine ganz andere optik der stühle machen müssen auf modern zu trimmen auch hier hat sich das jetzt mit den rahmen schildern bisschen niedriger wirken die theke ja hallo kleiner mit mit krawatte aber habu ah ja die dschungelblätter das hier ja aber auch wieder ja auch schick ok das geht natürlich jetzt gar nicht aber sonst was sagt ihr jetzt bin ich mal auf eure meinen gespannt ein paar von euch haben ja das andere video schon gesehen mit der kino vorstellung hier das stück es sieht besser aus jetzt hier erst mal vor den reinen wänden oder was hat sich jetzt nicht viel verändert das ist im sandstein ähnlich geblieben also ja also gefällt mir schon müssen wir mal gucken halten euch auf dem laufen wie gesagt wichtige wichtige ankündigung heute kommt noch ein hammer video nachher online so einer halben stunde etwa kommt das jetzt gleich nachgeladen und da kann ich euch sagen da hinten habt ihr ein riesen ding schon gesehen gehabt das riesen ding ist smarty und jump and run mehr reicht doch wohl nicht um euch neugierig zu machen smarty und jump and run wobei wenn ihr glaubt dass ich selbst durch die gegend springe vergesst es da geht ja fette grinsen hier also ich bedanke mich dass wir uns eingestellt haben smarty craft ich das smarty abonnieren liken abonnieren liken bis bald tschüss euer smarty man sieht sich online Musik 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 Bis zum nächsten Mal.